Guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Video! Ich bin gerade aufgestanden und mache jetzt ein bisschen Frühstück und gleich kommt Susi und dann mal schauen! Hi! Hallo! Susi ist auch jetzt am Start! Wir fahren jetzt zu unserer ersten Location und machen noch ein paar Wilders! Wir sind jetzt angekommen an der Location. Susi zieht gerade Schuhe an. Aha! Geil! Heute ist es sehr warm. Übelst warm. 20 Grad oder so? 21 Grad. 21 Grad haben wir. Und jetzt machen wir erstmal ein paar Bilder und dann mal schauen! Wir fahren jetzt zur nächsten Location. Ein paar Hobel aufbauen. War das jetzt cool da? Ich weiß nicht, das ist so bäumelig. Ja. Es ist ja warm. Gefühlt 30 Grad oder so? Ja. Nothing to say? Ich brauche Luft. Es sind immer noch 21 Grad. Immer noch? Es sind irgendwie viel mehr Grad. Ja, gefühlt 530 Grad. 530 Grad. Was haben wir denn heute überhaupt noch vor? Heute ist... Achso. Ich wollte sagen, heute ist weiter. Heute ist weiter. Der Tag der Brücke. Ja, genau. Was machen wir denn jetzt? Zur nächsten Location fahren. Ach ja. Wohin fahren wir denn? Achso, ja, das weiß ich nicht. Okay. Wir haben jetzt im Vorbeifahren unsere neue Location gefunden. Ja, 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 ja. Jetzt müssen wir einen neuen Parkplatz finden. Oder hier? Einfach kurz parken. Oh, scheiße. Mensch, da. Ich hab's nicht verloren. Perfekt. Erst mit zwei Kilometer laufen, jetzt mit zehn Meter. So, meine Freunde. Der Sonne. Wir sind jetzt fertig. Und fahren jetzt wo hinten? Wir fahren jetzt nach Hause. Wir fahren jetzt nach Hause, genau. Und dann chill. Chill mal ein bisschen. Mal gucken, was für Tag das du bringst. Und dann... Sonne genießen. Oder auch nicht. Oder drin bleiben im Kühlen. Nichts. Ich geh raus. Ja, wir gehen raus. Ciao. Wir sind wieder zu Hause angekommen. Erstmal wird... Teig schnabolliert. Ganz wichtig, trinken nicht vergessen. Wir sind jetzt in unserer Chill Area hier angekommen. Private Shisha-Bahn. Ähm, ja... Was wollte ich noch mal sagen? Achso, ja. Wir sitzen jetzt hier. Und haben heute nichts besonderes geplant, wirklich. Also es ist schon ein ganz schön guter Tag. Aber wir dachten, wir versuchen uns mal in Vlogs. Mal gucken, wie das so funktioniert. Ja. Und wenn vielleicht noch was passiert, nehmen wir euch gerne mit. Ja. Aber selbstverständlich. Das sieht aus, als hätte ich dann hart. Das ist aber die... Das ist die Laterne. Das ist die Laterne. Wir haben uns Fußcatchen gekauft. Ja. Ja. Sehr schön. Sehr nice. Ja. Ja, gut. Jetzt chillen wir hier noch ein bisschen. In der nicht vorhandenen Sonne. Aber es ist trotzdem warm. Und... Ich würde sagen, bis später. Also, wir haben ja gesagt, wenn was Interessantes passiert, nehmen wir euch mit. Wollt ihr euch nur mitteilen, die Sonne ist wieder da. Warum sitzen wir im Auto? Warum lassen wir mal hin? Okay, wir sitzen jetzt wieder im Auto. Weil wir werden noch grillen heute. Und noch einkaufen. Genau. 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 personally mal schön. Wie wisst, wir machen jetzt sofort. Die Frage ist, wie ich die schneide. Ja. Ich versuche drei daraus zu. Ich wollte gerade sagen, ich mache immer so, dann so und dann so. Sieht gut aus. Sieht lecker aus, ne? Ich habe es anders gemacht. So gedreht und dann nochmal so geschnitten. Achso. Da möchte ich direkt rüber verlassen. Eine schneide ich und eine schneidest du. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020